Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neuen Augen. Nach dieser schönen Melodie, wir haben jetzt die Sammeldose und wir können uns den Vulcano Berserker nennen. Vulcano Berserker, haut rein und fliegt durch. Ich glaube wir müssten uns den jetzt nehmen dürfen. Hätte ich das vom Boot nicht umgegangen? Ah, wir müssen es erst einschalten. Oder ausschalten, wie auch immer man will. Her damit. Ah, super. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Ah, was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brunnen in der Lunge. Wogger 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 Wogger! Was ist Zürm? Was ist denn mit ihm los? Und deswegen sollte man sich nicht besaufen. Der arme Kerl vertrug scheinbar keinen Alkohol. Was für eine putzige Eigenschaft für einen Barmann. Wogger 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 Wogger! Wogger Wogger Wogger! Aber ich glaube dann kann uns tatsächlich die Sammeldose zertrumpeln. und her mit dem geld das können wir jetzt doch vielleicht an dem flunderautomaten hier nutzen warten wir die sammeldose eigentlich doch gleich her keine ahnung auf jeden fall habe ich jetzt eine schöne flung mit flunder reden wir mal mit ihnen ich glaube die könnte für den letzten drink sein es sah nicht so aus als würde sich der barmann von alleine beruhigen lilly musste wohl etwas nachhelfen macht einen kugelfisch bräuchte für ob sie auf zum dorf jetzt kommen uns doch sicher selbst anzeigen weil wir haben ja wir haben ja an den muss ich gar nicht muss ich einfach reinpusten stimmt ja dann kriegt man die karte und dann können wir zu etna was ist denn das du bist ja voll wie eine haubitze los ab in die ausrichterungszelle mit dir oh jetzt werden wir eingesperrt ist ja nicht so dass wir durch die gestebe durchpassen würden aber okay das ist ja eine lehre in deinem alter schon zur flasche greifen und da war sie nun endlich die die karte lilly war gespannt die karte war gespannt das war also das geheimnis hinter der flüchtenden karte gewesen vielleicht hatte lilly endlich einen neuen freund gefunden vielleicht war aber auch alles wie immer der hamster hat sich gerade voll verarscht und da war sie nun endlich die karte etna versteckte sich also in dieser höhle am moorsee aber moment mal das wusste lilly doch schon genau genommen war diese karte sogar ziemlich nutzlos besonders wenn lilly bedachte was sie alles angestellt hatte um sie in die finger zu bekommen etna heizio oh mein gott die etna ist da okay und wie komme ich jetzt wieder raus was ist hast du schon genug von der gesiebten luft das hättest du dir überlegen können bevor du zur flasche gegriffen hast ach herrje jetzt mach mal nicht so traurige geräusche durch genau so ein verhalten habe ich damals auch edmund den schlitzer auf freien fuß gesetzt und du kannst dir nicht vorstellen was mir das für einen ärger eingehandelt hat es hat wochen gedauert bis die eltern der kleinen melanie wieder mit mir gesprochen haben ich habe einfach ein so gutes herz ich lasse dich laufen aber du musst mir versprechen nie wieder unsinn anzustellen kannst du das ja logisch es ist nicht lügen verdammt ja dann kann ich dich auch leider nicht freilassen man kann mir einiges nachsagen aber nicht dass ich nicht aus meinen fehlern lerne da war schon wieder dieser lustige hase von vorhin langsam freute sich lilly gar nicht mehr so sehr über sein auftauchen das kann ich verstehen was hast du gesagt ich verstehe dich so schlecht ist das normal dass das inventar hier hängt nächstes mal ohne scherz das ist doch nicht normal lilly hatte sich oft über die gerechtigkeit im kloster gewundert ja justitia ist blind das kennt man ja dieses bild ja ich umgesetzt hier mit diesem harvey das dachte ich mir aber du säßt es wohl kaum da drinnen wenn du wüsstest wie man sich anständig beträgt oder kein wort du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen oder doch nun dagegen ist nichts einzuwenden widersprechen ist super manchmal widerspreche ich schon zum frühstück drei scheiben toast lecker toast aber aber das wäre gelogen und wir wissen doch beide du sollst nicht lügen lügen sind böse was natürlich sind lügen böse warte ich zeig's dir hier an der tafel habt ihr das wanted da hinten gesehen schau dir die tafel gut an sie zeigt einige der grundfesten unseres rechtssystems zum beispiel dass lügen böse sind ähm wie nein natürlich sind lügen böse es lässt sich leicht aus den vier obersten grundfesten ableiten Gott ist gut und wahrhaftig der teufel jedoch ist böse mit viel weisheit Gott ist die wahrheit dennoch er ist voll der weisheit der teufel aber lügt mit all seiner Bosheit und darum sind lügen immer böse die logische kette die einen dahin führt kannst du knüpfen es sind nur drei kleine schritte bis zum ergebnis versuch es doch ruhig selbst mhm ok ach so ich muss es ich darf es nicht ziehen ich muss es klicken was passiert denn wenn ich hier weisheit und wahrheit nehmen ja das ist logisch gute weisheit ok wenn ich jetzt komme ich jetzt damit auf böse weisheit gut ist böse ja das ist logisch wenn gut böse ist und man mit der bösheit lügt ja lügen sind böse gebt ihr beim nächsten mal gefällig etwas mehr mühe ach so das geht von ach warte mal wenn der teufel weisheit ist und der weisheit ist das ist logisch dann ist das böse die wahrheit wenn das böse die wahrheit ist dann ist die wahrhaftigkeit gut ja das ist logisch ich lügen sind gut aber aber das kann doch nicht sein es scheint alles zu stimmen das ist doch Ja, manchmal sind so kleine Lüge gar nicht so verkehrt, ne? Was zum... Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Ja, nice. Das ging jetzt sogar leichter, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier wirklich den Rest des Parts an dem Rätsel sitze. Ach, schön. Aber so logische Kettenrätsel sind doch was Nettes, ist doch was Feines. Doch, ist doch schön. Auf den zweiten Mal hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Vor allem, wenn man es nicht korrigieren kann, ist das gemein. Aber okay, ich glaube, ich hatte beim zweiten Mal sogar tatsächlich einen ähnlichen Ansatz wie beim ersten Mal. Ich weiß jetzt aber nicht sicher. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall mal die Lüge lösen. Ja, natürlich kann ich das. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Und du flunkerst auch nicht? Na gut. Dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Ja, Mann. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Am besten, man bleibt zu Hause. Aber ich kann doch jetzt hoffentlich trotzdem... Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf-Zukowski-Konzert. Ah, Buchstabierwettbewerb. Auch Rolf-Zukowski, ja, an den erinnere ich mich noch. Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase. Ach ja. Aber ganz oft mal. Der Hase will uns doch verarschen. Der will uns doch verarschen. Auf geht's zum nächsten Verbot, Leute. Und das sogar noch im selben Part. Wahnsinn. Jetzt ist das im Moment nicht da. Wahnsinn. Und ich sag gerade ein bisschen viel Wahnsinn. Kann das sein? Ich glaube, das Spiel macht mich hier manchmal ein bisschen wahnsinnig. Ey, jetzt tut sie ja auch schon verschwunden. Wieso ist... Wo ist die hinten? War da ein Zensuknum am Werk? Hier, einer von den Gesuchten? Nee. Hm. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt lügen können... Äh, habe ich das noch aktiviert mit der Lüge? Ja, okay. Können wir jetzt nämlich im Feuer, über das Feuer mit dieser Tussi da kommunizieren? Uh. Voll cool gemacht. Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa. So. Natürlich bin ich das. Äh, Verbote habe ich. Lügen. Okay. Okay. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Äh, äh. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Okay. Das ist gut zu wissen. Und ich meine, ich kann mich jetzt hier drüben mit dem Kaffee aus der Trance auswirken. Da war doch was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dann in der echten Welt auch draußen bin. Oder ob ich trotzdem noch beim Dingo bin. Der Kaffee weckt uns ja auf, das wissen wir. Ja. Wir sind tatsächlich hier drüben. Leute, wir haben uns gebingt quasi. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem nicht raus können. Ja. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst es gibt bei... Oh Mann. Die Frage ist, ich brauche hier noch was von hier, wenn ich hier raus kann. Ach so, kann ich die auf den, seine Augen schmeißen oder so? Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lely muss... Ach, ich erinnere mich da leise an, was? Konnte ich nicht irgendwie... Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Ja. Es sah nicht so aus, Lely. Wacker, wacker, wacker! Wacker, wacker, wacker! Das sah nicht so aus, als würde Lely mu... Ähm. Ja, ich würde gerne den Sunny Cap nehmen und hier den Barmann geben. Wacker! Wie das aussieht! Okay. Ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Ich hatte es definitiv, auch wenn dieser Hase hier manchmal ein bisschen nervt. Und... Ja. Dann würde ich mich natürlich sehr wohl in den Kommentaren oder in den Bewertungen freuen. Und natürlich werden wir uns auch das nächste Mal wieder sehen. Wenn es wieder heißt, let's play. Hab es in euren Augen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.